Hi, ich bin Jonas. Ich bin Senior Berater bei uns im Strategy Team. Ich mag das, was ich tue, aus eigentlich vielen Gründen. Zum einen bekomme ich viele verschiedene Eindrücke in Unternehmen und auch Industrien und zum anderen lerne ich auch super viele Leute kennen und arbeite mit vielen Leuten zusammen und das sowohl auf der Kundenseite als auch bei uns intern. Ich bin Berater geworden, weil ich dadurch verschiedene Industrien und Kunden näher zu Gesicht bekomme und für die auch verschiedene Probleme lösen kann. Und auf der anderen Seite auch, weil ich hier mit verschiedenen Teams sowohl mit Kunden als auch intern bei uns zusammenarbeiten kann. Privat bin ich super gerne mit Freunden unterwegs, reise auch super viel und mache gerne viel Sport und hier unterstützt mich auch die Firma. Zum anderen haben wir auch verschiedene Sportgruppen, sodass ich am Wochenende auch gerne mit den Kollegen mal Fahrrad fahren gehe und wir dann auch an verschiedenen Events wie beispielsweise das 24-Stunden-Rennen am Nürburgring teilnehmen. Ich schätze an meinem Arbeitgeber, dass wir auch eine super persönliche Kultur haben und es einfach super viel Spaß macht, einfach mit den verschiedenen Leuten zusammenzuarbeiten. Und auf der anderen Seite werde ich auch durch unsere Programme wie das Personal Development Sponsoring weiter gefördert, sodass ich auch zum Beispiel ein Volunteering Programm in Südafrika zum Ende des Jahres für zwei Wochen machen kann.